um nun an der maschine weiter zu machen muss ich erst mal das handrad montieren denn wenn die maschine auf die seite gelegt wird liegt sie auf dem handrad auf das ist beabsichtigt so hier oben bei dem zahnrad sowie bei dem stellring habe ich schon mal die schrauben ausgedreht und rostschutz reingemacht denn da müssen wir nachher wenn das handrad fest ist noch das spiel und das untere zahnrad beziehungsweise das von der königswelle einsetzen müssen wir das ja noch dicht stellen das heißt dass da kein spiel drin ist und so passiert jetzt hier eins nach dem anderen um die maschine wieder zu vervollständigen lackierung im allgemeinen ist gut geworden einzige paar staub einschlüsse die werde ich noch raus schleifen müssen aber dazu muss der lack noch weiter trocknen gut ich werde jetzt mal das handrad montieren ja das handrad begleitet uns ja nun bei der kompletten montage da immer wieder geschaut werden muss wie weit die leichtgängigkeit gegeben ist und das ist ja nun sehr wichtig wollen wir mal schauen woher der spitzkegel ist da ist er so wo haben wir jetzt das problem so 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 Okay. ... Musik ... Das war's für heute. So, jetzt haben wir stramm gestellt. Jetzt müssen wir wieder etwas lockern. Jetzt haben wir wieder einen Freigang. So soll es sein. Kein Spiel mehr. Das kann auch drauf bleiben. Auf jeden Fall müssen wir die Schrauben jetzt anziehen, damit sich das Ganze nicht wieder verstellt. Beim Zusammenbau alles mit ein bisschen Öl versehen. So, jetzt können wir die Schrauben jetzt anziehen. Gut. Dann kommt die Feder. Die Sicherung. Und die Schraube der Sicherung. Fest. Auf. Wunderbar. Dann werde ich mal die Filze. Also das Filz, welches hier reinkommt und hier reinkommt, nachmachen. Für die Lagerstellen habe ich erstmal einen neuen Filz ausgeschlagen. Und der soll jetzt in die, so wie in die Lagerstelle, dazu muss ich aber erstmal den alten Filz rausholen. So, da kommen die beiden Filzstücke rein und dann wird geölt. So. Reichlich Öl drauf, damit sich das auch gleich vollsaugen kann. Vorteil bei Filz ist natürlich, dass das Öl, was in die Lagerstelle gegeben wird, nicht sofort durchläuft, sondern durch den Filz sich nach und nach in der Lagerstelle verteilt. Ich bin der Meinung, dass es besser ist, als wenn man das einmal doll ölt und das Öl sich mehr oder weniger durchläuft. Wir wollen hier mit dem Öl nicht sparsam sein, denn ich hatte die Maschine ja gereinigt. Und dabei ist ja auch das meiste Öl verschwunden. So, wie ihr es anhört, ist der Fadenhebermechanismus. Noch schwergängig. Man hört das immer durch quietschen. Obwohl, da ist es wieder also noch ein bisschen Feinarbeit nötig, damit das aufhört. Das mag ich nicht. So, sonst läuft alles. Also können wir weitermachen. Die ersten Teile werden wieder eingesetzt. Unter anderem die Welle für den Nadeltransport. Ich muss erstmal den Kopf zusammenbauen. um weitere Einstellungen vornehmen zu können. Und erst wenn da alles reibungslos läuft, dann kann ich weitermachen. Und dann kann ich weitermachen. Da habe ich da hinten noch Papier drin in der Welle. Ja natürlich. So, die sitzt. Jetzt können wir die Bohrung auch schon mal ein bisschen Öl reinmachen. Dann werde ich mal den Gleitstein holen. Und dann kann ich mal den Gleitstein holen. Gleitstein holen. Gleitstein kommt so rein, dass wir die Ölbohrung oben haben. Dann wird auf die Welle aufgesteckt, die die Nadel transportiert bzw. den Nadeltransport steuert. So, die Nadelkulisse. So, die Nadelkulisse. Gleiche Öl. Hälfte mit der Naderstange. So, und die Nadelklemme. So, und die Nadelklemme. So, und die Nadelklemme. So, und die Nadelklemme. So, kann ich ja mal leicht anziehen. So, und die Nadelklemme. So, und die Nadelklemme. So, wollen wir mal gucken, ob wir die wieder reingesetzt kriegen, jetzt so ohne Probleme. Ohne Probleme geht eigentlich gar nichts. So, und die Nadelklemme. So, und die Nadelklemme. So, und die Nadelklemme. So, da muss man ein Stückchen weiter rüber. So rastet die Nadelkulisse nicht ein. Da hinten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da ist der Gleitstein und der muss in die Nadelkulisse einrasten. Oben sitzt er bereits. In der Nadelführung sitzt er auch. Also schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. So sitzt es drin. Nun müssen wir noch probieren, ob das Ganze einigermaßen freigängig ist. Also, das ist ein kleineser. So. Booster. So. Oh. So. So. Ein bisschen Sorgen macht mir hier einfach noch der Fadenheber. Und zwar hakt er, wenn er einen kleinen Dubsen nach oben gibt, läuft er. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Da muss ich mich nochmal drum kümmern, also wieder raus mit der Kulisse. Ja, meine Hoffnung war ja, dass das klappt ohne den Fadenheber auszubauen. Aber an dem war es nicht. Nun schauen wir mal, wie das mit dem anderen läuft. Elendige Fummeleien, rein und raus zu bauen. Und zwar, wie das mit dem Fadenheber auszubauen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Welle läuft ja schon mal besser. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Freigang wieder. Ja? Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Also, versuchen wir nochmal die Nadelkulisse einzusetzen, um uns dann anzuhören, wie sich... Probieren Sie sehen, wie sich dann anhört. Okay. 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 Da haben wir schon mal die Nadelkulisse gesichert. Den Fadenheber können wir auch gleich einsetzen. Quatsch, den Füßchenheber. Die Nadelkulisse gesichert. 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 Die Nadelkulisse gesichert.